Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Bioshock Remastered. Bewertete Part und viel Spaß! Der bloße Gedanke, dass meine Frau und mein Sohn in diesem dreckigen Urboot stecken, macht mich rasend. Hilf mir, sie zu retten, dann stehe ich auf ewig in deiner Schuld. Jo, mach ich. Hör mir zu! Ich bin nur als Tourist hier, wieso? Ich bin gerade ein wenig verwirrt von dem Weg, wo ich jetzt lang gehen muss. Bin ich jetzt hier beim richtigen Weg oder bin ich hier beim optionalen Weg? So, das ist... Oh. Ich glaube, die ist kaputt. Einfach alles mitnehmen hier, was es so gibt. Ich habe kein Elektro dabei. Was ist unfair? Okay, da gehe ich gleich weiter. Dann gehe ich gleich nochmal den anderen Weg. Schrotmoni, okay. Alles dabei. Kamera. Was ist hier? Medi-Station. Brauche ich nicht. Dann gehe ich nochmal den anderen Weg, weil der wird wahrscheinlich einfach nur zu einer Sackgasse führen, weil ich die Tür da nicht aufbekomme, oder? Aber vielleicht finde ich da noch irgendwas Nettet. Und dann würde ich sagen, ist es für Bioshock auch schon bald. Einfach mal... Wobei. Würde ich meinen. Das müssen wir hier untersuchen. Genau. Außerdem habe ich hier gerade übel die Lags. Oh komm, der ist doch jetzt hier, ne? Hochwertige Forschungsaufnahme. Oh, nice. Schaden plus. Alter. Also ich kann die jetzt nicht fotografieren, ne? Doch kann ich. Ne, kann ich nicht. Oh, ist das doof. Oh, ist das doof. Das ist gemein. Das sind keine blutrünstigen Kriminellen. In Rapture Wimmel ist von Dichtern, Künstlern und Tennisspielern. Aber nicht von bezahlten Killern. Aber ihr Anführer, dieser Fontaine. Der kennt sich mit Gaunerein ganz genau aus. Er selbst macht sich die Hände nicht schmutzig. Er lässt aber durchblicken, dass mit ihm nicht zu spaßen ist. Okay. Naja, in Liebster, es tut mir leid, aber ich werde mich heute wieder verspäten. Rosenberg will mit mir über Fontaine sprechen. Ich versuche hier einen ordentlichen Finanzmarkt aufzubauen und alles, woran dieser Idiot denken kann, ist Adam hier und genetische Veränderung dort. Ich werde eine Stunde lang so tun, als ob ich dem armen Kerl zuhöre und mache mich dann so schnell wie möglich auf den Heimweg. André. Das ist mein Kind, nicht deines. Geil, Alter. Made by Dave. Erstmal die Toilette benutzen. Toilettenkabine. Also, es gibt drei Splicer, die fotografiert werden müssen. Die ersten findest du im oberen Kai, unterhalb des Büros des Hafenwaisers. Der zweite ist im Fighting, McDonough's Tavern, Nummer 5. Der dritte im Jet Pass. Oh. Gut, dass ich eh einfach alle fotografiere hier gerade, ne? Ich mach das mal. Money. Kontaktmine. Und noch Ewe-Spritze. Okay. Das hat sich gelohnt, würde ich meinen. Was ist hier oben noch? Och Mann, ey. Das ist doch eine gute Pose, oder? Nice. Er lebt noch. Jetzt nicht mehr. Das ist auch eine gute Pose. Action-Foto. So, kurz heilen. So. Hier noch so. Alles durchsuchen. Alles mitnehmen. Okay. Okay, ich kann es öfter durchsuchen. Warum? Ha. Okay. Defekte Medi-Station. Defekte Medi-Station. Oh Mann. Ah. Leute, was war das? 7, 3, 5, 5 oder so, ne? Hat die Frau doch einmal gesagt, oder nicht? Scheiße. Ah, ich hack das einfach. Äh. So. 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 Seitlich. Und so. Zack. Tür ist offen. Oh. Was ist das nicht? Warum kann ich das nicht fotografieren? Och, das wäre doch cool. Wir haben heute unsere Mascha gesehen. Wir haben sie kamer erkannt. Sam sagte, das ist sie. Ich habe gesagt, du spielst doch. Dieses Ding, das soll unsere Mascha sein. Aber er hatte recht. Sie hat einer Leiche bei den Fontaine-Fingeries das Blut abgesaugt. Und als sie damit fertig war, ging sie Hand in Hand mit einer dieser schrecklichen Missgeburten fort. Sam rief ihren Namen. Ich habe kein Wort rausbekommen. Sam ist verrückt. Dieses Ding war nicht unsere Mascha. Okay. Gibt es überhaupt ein unheilverkündenderes Geräusch, als das eines Sicherheitsalarms? Mit Shorten Alarms wird ihre Signatur so verändert, dass sie mit Alarmsensoren interagieren und so die Dauer manipulieren können. Nee. Nee. Aber gut, dann war das eigentlich doch der Code, den ich hier gehört hatte, denke ich mal. Äh, den die Frau ganz am Anfang mal gesagt hatte. Aber, ach, hier war ich schon wieder. Ich habe kein Elektro momentan. Ah, no. Ähm. Aber ja. Ich kannte den Code jetzt nicht mehr. Komm, ich muss doch irgendwo auch mal die Dings sein, oder nicht? Hä? Okay. Oh, da ist noch was. Ionischer Schrot, alles klar. Und jetzt knacken wir mal den Safe, würde ich meinen. Hacken. Nein, das muss da hin. Oh, scheiße. Nein, das muss doch da hin. Nein! Nein! Jetzt aber bitte da hin, danke. Runter. Nach dort. Nach dort. Da. Da. Oh, scheiße. Oh, okay. Oh. Zack. Danke. Das ist nett. Oh, jetzt war alles eigentlich nicht unbedingt momentan, aber egal. Oh, ich kann nicht noch mal. Ich weiß, das war kein gutes Bild. Ich will das nochmal sehen. Komm, jetzt aber ein A, oder? B? Was? Oh. Oh. Hun. Warum kam die Kamera? Warum kam die Kamera? Oder der Dings? Habe ich dich schon fotografiert? Nice. Aua! Okay. Mann, ich... Ich hab kein... Hatte ich nicht doch... Ich hatte doch hier irgendwo in der Nähe einen Automaten, oder nicht? Bin ich das dumm? Ich hatte doch hier... Ist das nicht... Ne, das ist ein Muni, ne? Da! Oder? Ja! Oh, bin ich dumm! Security Bullseye brauche ich nicht. Nehme ich Elektroblast mit. Ach, meine Güte, Leute! Ich glaubte, den marxistischen Altruismus der Kolchosen und der Fünfjahrespläne entornen zu sein. Ja, jetzt bin ich hier. Alles klar. Okay. 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 Okay, das ist der Weg also. Gut, du willst ihn schon mal? Dann war hier hinten Weg. War das hier? Ne. Hey, wo war der? Okay. Mg-Muni? Okay. Dann war so und so. Hier! Eigentlich reichen Fotos mittlerweile, ne? Oder? Ich hab... Ich hab... Okay. Fontaine verhaften lassen? Du glaubst, du kannst mich aussichten! Ja! Ja! Flieh nur! Ich bin das Schwert und die Kunde des Herrn! Meine Güte! Geht doch alle weg, ey! Die nerven alle voll! So! Kann ich hier sonst noch was machen? Ne, ne? Mr. Ryan, ich glaube an Rapture, doch das heißt nicht, dass wir auch immer gewinnen. Fontaine Futuristics ist die größte geschäftliche Unternehmung in Rapture. Um mich klar auszudrücken, wenn wir diesen lumpen Fontaine wegen Diebstahls und Schmugglerei verhaften lassen, müssen wir klarstellen, dass wir uns nicht sein Geschäft unter den Nagel reißen wollen. Wir sitzen im Rad, weil uns diese hammenden Schweine vertrauen. Nicht, weil wir von Gott dazu berufen wurden. Wieso kann ich das nicht fotografieren? Aber okay. Wie war das jetzt der Raum, den ich hier machen musste, wo ich fotografieren musste? Ich weiß es nicht. Ich hoffe ja. Kommt direkt! Kommt direkt! Oh nein, wo kommt ihr denn eigentlich immer alle her? Also jetzt mal im Ernst. Zu langsam nervt ihr ein bisschen. Ihr seid zu viele. Ne, lass mal. Wo bin ich denn jetzt? Geht auch nicht, schade. Rapture. Geht. 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 Die Profite wieder in die Entwicklung noch besserer, noch stärkerer Plasmide. Außerdem baute die Fontänschen Armenhäuser, die in Wirklichkeit Rekrutierungsbüros sind. Er wird im Handumdrehen eine Armee von Splicern haben und dann wird es uns ganz übel ergehen. Ich sag's euch. Ich weiß, was du vorhast. Oh, Alter. Leute, lass mich doch mal in Ruhe hierbleiben. Safe, eine Splittergranate. Kann ich nicht mehr aufheben, okay. Okay. Safe hacken. Gut. Dahin, dahin. Weiter runter. Wo ich das und das. Fertig. Wow. Auto-Hacker, Kontakt, binionischer Schrot. Kann ich nicht mehr nehmen? What? Okay. Ich hab heute wieder keine Pistolen-Muni, ey. Ey, das war's jetzt hier? Muss ich hier nicht machen? Ich hab hier auch nichts mehr zu tun. Ich hab mir... Hä? Ich bin hier jetzt fertig. In dem Bereich zumindest jetzt hier. Es gab ja noch eine andere Tür. Äh, war dazu... Jet irgendwas, glaub ich? Hieß das? Ich weiß es nicht genau. Okay. 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 So, erstmal kurz hier. Ey, wir spritzen, ne. Das stört mich gerade, dass die so ein bisschen low ist. Film. Hab ich noch genug? Okay. Wieso kann ich das... Damit bin ich voll. Okay. Ich glaub, ich gönne mir noch mal kurz zwei Verbandskästen, damit ich jedenfalls ein bisschen hab. Wo war denn nochmal dieser Munitionsautomat? War der nicht auch hier irgendwo in der Nähe? Der war doch hier oder so, ne? War der nicht irgendwo hier? Ja. Bis tollen, Muni, bitte. Wann hab ich zu wenig? Wann hab ich viel zu wenig davon? Das ist ein Big Daddy. Ich seh ihn. Ich komm noch nicht mehr hin. Hm. Schade. Okay, damit bin ich auch wieder voll. Alles klar. Aber ich glaub, ich würd sagen... Dass... Flo, bist du da? Ich hoffe, er ist noch da. Ich hoffe, er ist jetzt nicht irgendwas anderes zu zocken. Weil dann könnten wir gleich PUBG. Hä? 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 Okay. What is? PUBG und so gleich. Wäre gleich bereit dafür. Könnten wir gleich ein bisschen machen. Verkaufstautomaten. Alles klar. Was hab ich hier? Film. Nice. Ähm. Wo ist sie? Ich hör sie doch. Ich will noch ein Foto von ihr machen. Ja, wenn du mir sagen würdest, wo du bist, dann würde ich auch zu dir kommen. Komm schon, ich will ein gutes Foto von dir. Danke. Spider-Splicer. Oha. Oha. Ach, hab ich jetzt alle? Ah, okay. Ich hab jetzt alle. Alles klar, Leute. Aber... Dann würde ich jetzt hier erstmal speichern. Und dann... Ja, neue Speicherdatei. Jetzt speichere ich das. Alles klar. Und dann würde ich den... Stream kurz einmal resetten, sag ich mal. Ich würde den Stream dann einmal kurz aus und wieder anmachen. So, Leute. Das war's erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei... Das nächste Mal wieder. Haut da rein.